so ein aktuelles anliegen oder aktuelles problem und zwar hat mir jemand geschrieben mit einem problem dass ich in der vergangenheit häufiger beobachtet habe bei selbstverlegern bei kunden nämlich dass dateien die im wörter bestimmtes festgelegtes format haben sagen wir einfach mal sechs mal neun wenn das als pdf gespeichert wird macht wird daraus automatisch irgendwie dina 4 datei also ich bin mir nicht ganz sicher woran es liegt könnten wird problem sein vielleicht aber auch dass ihr die falsche option auswählt also das korrekte speichern als pdf funktioniert unter speichern unter und dann pdf auswählen hier